Das ist auch ein größtes Gebäude. 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 Das ist ein größtes Gebäude. Das ist ein größtes Gebäude. Das ist auch ein größtes Gebäude. Ich weiß nicht, wo da vorne ist. Sie ist auf jeden Fall tot. Hat sie erschossen. Ist der von dem noch? Das ist auch ein größtes Gebäude. Ich bin da oben. Da war die Tür offen. Ja, unten. Hinten aber auch. Wenn ich mal hingrafen habe. Bomben war hinten irgendwo auf jeden Fall. Ich glaube nicht. Ich nehme an, in den den Gremien. Hine sind. Wenn ich das unterliekke. Und dann würde ich das. Das ist doch auch nicht wie das. Wir müssen mir das aber sein. Ja, ich bin so richtig. Das sind auch zwei. Okay, du bist das. Wir sind jetzt in Tritt gestoppt, okay? Und dann singen wir mal die Bombe nach. Obwohl, herr weißt du das? Weil ich es gehört habe. Oh, das ist die Bombe gehört. Die Püppsel, ja. Ah ja, das habe ich es auch gehört. Klasse. Ich glaube, du brauchst Klang. Great work, Entry-Team. Keep it up. Ja schon. Willst du das weitergehen? Ich würde sagen. Da waren wir jetzt schon. Gehen wir da unten weiter, oder? Da waren wir ja nichts, glaube ich. Da waren wir ja. Das ist in der Kastel. Ich muss dich für unsere Sicherheit ausziehen. Geh die Kinder aus hier! Sprech. Zivillen ist sicher. Sprech mit dem Team. Roger. Trailer ist inbound. Ist das eine Liste? Ist das eine Liste? Stay here and not get in our way. Ow! Fuck! This is talk. Copy. Move on. You're about to save? So let's take it send them an auch aus. Keep your hands up! Yep. Get down on your knees, hands up! That means we have to go back. Or back to the back. That's right, back to the back. There's also a door open. Police, get your hands up! Get down on your goddamn knees, now! He's with a down on your knees, now! He's with a down on your knees, now! Hands up, now! Haben. Haben. Haben schon was gesagt. Warte grad sagen, warte, ich nehm dir Gassel noch fest. Leave the talk. Suspect killed. Suspect killed. Top two entry team. Affirmative entry team. Die muss noch was oben sein. Die muss noch was oben sein. Die muss noch was oben sein. Was ist denn jetzt hierzu? Hm? Ah, noch eine Bombe? Police, down on the ground! Okay, ob da noch wer ist. Hands on your head, now! Talk two element. Sehr schön. Hast du auf der vorne schon drin? Drüm ist er. Oh, ist nix. Da hinten ist eine verschlossene Tür. Zwei. LSPD, don't move! Man, ist zu? Oh! Ich hab's nur schießen gehört. Oh, ich dachte da kommt der um die Ecke. Oh nein. Ich hab noch extra gesagt, man ist zu. Du wirst dich, ich hab Schüsse gehört. Ich dachte das war ein Schuss. Das war ein Schuss. Ich hab die Tür aufgemacht. Achso. Reihe? Da rechts irgendwo? Da hat gerade einer schossen. Der kommt hinter uns. Der kommt hinter uns. Hast du ihn? Ich hab ihn. Ja. Wo er mit der Geisel war, wissen wir jetzt nicht. Das war eh der. Der wird jetzt runter gegangen sein. Und zu stehen drauf. Da ist nix. So. Zivilisten, wenn er so besorgt hat. Na, was haben wir denn jetzt? Wo haben wir denn jetzt schon mal? Wo haben wir denn jetzt schon mal? Oben? Ich glaube ich überall. nochmal runter. Aber ich glaube unten haben wir irgendwas vergessen. Da hinten ist noch eine Tür zu. Ich glaube die geht raus. Waren wir auf den Toiletten schon? Nein. Leer den Talk. Zivilisten sind unterdessen. Notify Thames. Talk to Entry Team. Copy. Clean house. Wir werden sie raus. Händen Sie? 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 Geh! 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 Talk. Wir haben eine Zivilgesellschaft und bereit für Transport. Talk-reportiert. Großartig Arbeitgeist. Geh auf! Geht's. Haben wir's. Talk-reporting. Copy that. Put'em on safe and let him back. Great job. Servus, Dominik. Nur einen B haben wir gekriegt. B. Nur einen B. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich hab Sie es vergessen. Auf Wiedersehen auf. Besser sch grandpa. Besser schnau... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020